Hallo Petri, heute bin ich auf einem Forellenevent, wollen wir mal schauen, ob was abgeht. Ich fische wieder die gleiche Route von FDM, die Evo-Route, die hat das letzte Mal mir Glück gebracht. Mit dieser fische ich jetzt wieder. Ich habe ein Zauberhandtuch dabei, das Zauberhandtuch von TFT. So, ja. Also hier steht, legen Sie das TFT-Handtuch ins Wasser und dann haben Sie ein Zauberhandtuch. Wollen wir mal schauen. Achtung, Hokus-Pokus-Fidibus. Das ist jetzt das Zauberhandtuch von TFT. Hat sich das aufgesaugt. Jawohl. Hier haben wir das Tauch. Tausende kleine Forelle, das ist der Wahnsinn. Tausende kleine FDM, der FDM, der Erekte oder Trieferhunde. Hier haben wir die FDM, die einen Händelstuhl und der Darmkigke. Da siehst du das TFT. Und hier haben wir das TFT-Handtuch aus. Hier ist deragit. Hier haben wir die FDM. Mit dem FDM oder der FDM, der FDM und der FDM auch. Hier haben wir das TFT-Handtuch. Hier haben wir die FDM. Mit der FTM, neue Generation Teletraut Evo, 3,30 Meter. Eine Bienenmarte und es knallt. So Leute, das war's. Tausend eine Forelle. Der Sack ist voll. Die werden jetzt ausgenommen und werden alle geräuchert. Ich wünsche viel Spaß. Wie immer, am Wasser und bis zum nächsten Mal. Euer Anglisch Gott heilfrisch. Tschüss. Wir sehen uns.